So, und welche Sau wird heute durchs Dorf getrieben? Mal ein paar Schicksis holen. Der Kampf kann beginnen. So. So. So, jetzt haben wir es aber zu Ende gekaut. Ich schiebe mich hier wieder in die Ecke, wo ich hingehöre. So wichtig bin ich nämlich nicht. Huch. Ganz weg. Ja. Ja, so können wir arbeiten. Das reicht, denke ich, vollkommen. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist immer noch Ben. Und, ja, ich habe hier schon meine Snackpackung. Denn im Moment ist wieder ein bisschen Panik an den Börsen, an den Märkten. Die Welt geht zwischenzeitlich wieder unter. Plötzlich hat Bitcoin wieder einen Hype und kommt zurück. Dann fällt sie wieder. Die Kurse fallen 6-7%. Am nächsten Tag steilen sie wieder 3-4. Ja, es ist ein Hin- und Hergewackel. Unglaublich. Da kann man sich gerne mal eine Tüte Chips holen oder ein paar Stixi, so irgendwas und kann sich da mal ganz genüssig zurücklehnen. Denn hier ist wirklich angesagt Ruhe bewahren. Und trotz allem mache ich aktuell auch ein bisschen was im Hintergrund, wenn auch nicht sonderlich viel. Ihr kennt mein Thema, ja, stur und stetig, ne? Durch die Wand und Feuer frei. Buy and hold and check. So hat es ja Christian W. Röhl immer passend tituliert. So kann man arbeiten. Und bei mir ist aber fernab der Börse was ganz anderes passiert. Da passieren mehrere Geschichten. Da muss ich mich jetzt drum kümmern. Ihr seht es jetzt hier schon auf dem Bildschirm. Hier geht es in erler erster Linie um Bullride. Und wenn ihr jetzt richtig genau aufpasst, was hat sich da geändert? Ich hatte vor einem Monat, ne? Ein bisschen länger wie ein Monat, glaube am 15.02. oder 16.02. nochmal per Community-Tab unten einen Screenshot gemacht und sagt, jawohl, Volkserlebnis, das erste E-Moped von Bullride ist auf der Straße. Und ich habe mich tatsächlich schon gefreut über 51 Cent, die es da gab. Für den kompletten Monat, ja? Und, ja, die anderen 149 werden ja dann zeitnah folgen. Naja. Gut, das hat sich jetzt aktuell zumindest mal in Luft aufgelöst, nenne ich es mal. Jetzt überschneidet sich allerdings gerade was. Also jetzt kam gerade vor 3-4 Stunden kam jetzt ein Statement auch vom Heiko Hildebrandt, der ja gerade für die deutsche Bullride-Community die ganz wichtiger Kontaktmann ist, der sich da auch eigentlich, ja, eigentlich, der sich da auch sehr toll engagiert und sehr viele tolle Insights bringt. Und da war es jetzt allerdings die letzten Wochen doch ziemlich ruhig. Ja, klar, natürlich geschuldet auch, weil man sich ja um etliches im Backoffice kümmern muss. Die ganzen Roller, die jetzt dann demnächst wieder auf die Straßen sollen, da gibt es übrigens ein Erfolgserlebnis, das will ich auch zeigen, also nicht nur meckern an der Stelle, aber es gab halt keine Infos. Und ja, es kamen halt auch teilweise, ja, vielleicht Hoffnungen, wo sich was hätte anbahnen können. 20, 30 E-Mopeds vielleicht vermietet an einen Großabnehmer. Das ist dann aber auch leider bis dato nicht zustande gekommen, warum auch immer, das weiß ich nicht. Nach einem Monat, ein einziges E-Moped auf der Straße, 149 sollen da noch folgen. Ein Gedanke dahinter war natürlich dann, ich kannte den Betreiber Otter, die kenne ich tatsächlich noch gar nicht, oder kannte ich bis dato nicht. Ist wohl eigentlich eher ein Startup, aber ich habe jetzt auch wieder heute gelernt, die haben auch einen Fahrradverleih, der anscheinend gut funktioniert, die sind auch entsprechend ausreichend kapitalisiert, um auch hier, wäre der nächste Schritt gewesen, hier, ja, Kompensationszahlungen zu leisten an die Eigentümer, wenn sie sie nicht zeitnah, die Roller oder die Roller, die E-Mopeds auf die Straße bekommen und vermietet bekommen. Meine Intention war jetzt eben, okay, es ist ein relativ großer Batzen Geld, das sind 1.300 Euro für so ein E-Moped, habe ja auch, und ihr seht das hier, nach wie vor meine vier E-Scooter, da bleibe ich auch drin, keine Bange. Und dann habe ich dann doch schon Klumpenrisiko. Und die Backpfeifen haben sich in der letzten Zeit gehäuft, angefangen mit Inju, also Y-N-T-O, ja, ich habe sie damals falsch ausgesprochen, da liegen ja 500 Euro im Feuer, Exporo legt noch ein bisschen was rum, bei Investor hängt noch ein bisschen was, bei Paypal & Estate Guru sieht hässlich aus aktuell. Und da kriegt man dann schon ein bisschen Bauchweh und sagt, okay, vielleicht muss ich da wieder so ein bisschen das Risiko adjustieren, um es vielleicht mal ein bisschen Risiko auszunehmen. In dem Fall habe ich das getan, ich habe mein Otter E-Moped, nachdem ich ein einziges Mal diese 51 Cent bekommen habe, verkauft, nahezu bei Null. Wurde auch schon diskutiert in der Community, ja, die Panik ist groß, da verkauft schon jemand sein E-Moped zum Einstandspreis, also Null auf Null. Vorher gab es die mit leichten Aufschlägen. Mittlerweile sind wir hier 5 Tage nach meinem Verkauf, waren wir dann jetzt tatsächlich auch schon auf dem Level, dass sie teilweise mit Abschlag die E-Mopeds auf dem Zweitmarkt erschienen sind. Ich kam tatsächlich Null auf Null raus, ich glaube 2 oder 3 Euro waren es dann tatsächlich Verlust, ja, Wechselkurs, ne? Muss man halt so hinnehmen und da gab es eben noch diese 5% Zweitmarktgebühr, die habe ich aber nicht bezahlt, also das hatte ich tatsächlich als Aufschlag auch schon beim Verkaufspreis eingerichtet, damit mir das nicht zu Lasten fällt. Ja, das war jetzt halt ein Satz mit X, war wohl nichts. Ich würde nicht mal sagen, dass ich ein blaues Auge davon getragen habe, ich bin ja wirklich ohne Schaden quasi herausgegangen. Vergessen wir jetzt mal die 3 Euro. Da soll es wohl noch eine Entschädigung geben tatsächlich. Mücke, die mich terrorisiert, das ist Wahnsinn heute. Da soll es wohl noch auch eine Zinszahlung geben oder eine Entschädigungszahlung. Im April für den März, vielleicht bekomme ich da noch die Hälfte auch noch. Okay, wird auch nicht die Welt sein. Und dann macht man einen Haken drunter, dann lassen wir das. Was viel erfreulicher ist. Achso, übrigens, also nochmal zu den E-Mopeds. Da läuft es nach wie vor. Abschreibungen waren ja auch pausiert, das heißt, das E-Moped wäre erst in die Abschreibung gegangen, wenn tatsächlich alle auf der Straße sind. Ob das so durchführbar ist bei dem Tempo, bin ich jetzt noch ein bisschen skeptisch. Habe mir aber, oder habe jetzt allerdings auch schon gelesen, das zweite E-Moped wurde jetzt vermietet, geht jetzt wohl auch auf die Straße. Und das dritte, da ging es wohl nur um Abrechnungsprobleme, Zahlungsprobleme, wenn die gelöst sind, wäre dann auch Nummer 3 der E-Mopeds auf der Straße. Zugegeben, jetzt nach 5 Wochen, nach Release, war mir das zu wenig. Wusste auch jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da an Entschädigungszahlungen bekomme, ob sich das in irgendeiner Weise gelohnt hätte. War immerhin doch schon 2%, die man da auf dem Verrechnungskonto bei Trade Republic bekommt. Wenn es weniger gewesen wäre, hätte es sich auch nochmal geärgert. Gerade bei der Inflation, Geld da so rumlegen lassen, bin ich nicht so der ganz große Freund. Von daher nehme ich das Geld jetzt raus. Ist noch nicht da, Montag, Dienstag erst. Ich denke mal, Mittwoch, Donnerstag sollte auch dann der Geld, der Geld, ja es ist spät, das Geld des Verkaufs auf meinem Bankkonto eingegangen sein. Und dann kann man damit auch wieder arbeiten. Genau, also Otter können wir abhaken. Ich verfolge das Ganze zwar noch, vielleicht auch mal mit Blick nach Lissabon und Co. Aber was viel, viel angenehmer ist, und das sehen wir hier, Swoop Schweden, ja, Swift ist nicht mehr, das ist jetzt alles Swoop. Hier wurden alle Marken auf Swoop umgestellt. Ist auch ein bisschen leichter vom Handling her, Kostenreduktion. Und hier haben wir 157 E-Scooter auf der Straße. Also hier starten wir jetzt spätestens am Montag, denke ich mal, in die neue Saison. Und dann werden wir hier auch wieder Earnings sehen. Sehr schön. Muss man jetzt natürlich noch warten, wie das Wetter jetzt ist, aber es scheint wohl jetzt soweit zu sein, dass man sagen kann, man kann es versuchen. So, das war es von Bullrat. Ich glaube, ich muss ein bisschen Gas geben. Oh, schon fast 9 Minuten gequasselt. Genau, das war das, das war der Post. Okay, hat sich erledigt, große Euphorie. Es hat begonnen und nach dem Beginnen ist nichts passiert. Naja, schwierig. Ja, Festgeld, Tagesgeld, diese Geschichten, habe ich hier noch eine ganz tolle Post bekommen. Ich glaube, seht ihr das? Muss man gerade Bildschirm wechseln. Ja, genau. Von dieser schönen Bank, VTB Bank, VTB Europe SE. Das ist eine Tochtergesellschaft der russischen VTB Bank. Ist auch, glaube ich, die zweitgrößte Bank in Russland. Ist also keine kleine Klitsche. Da bin ich ja, wer die Depot-Updates auch aufmerksam verfolgt, der wird gesehen haben, da bin ich nach wie vor mit meinem 10-jährig laufenden Produkt drin geblieben, dran geblieben. Jetzt habe ich noch meine Post bekommen. Ja, jetzt könnte ich doch vorzeitig rausgehen. Und diese schönen neuen Zinsen ohne Vorschusszinsen, ja, mir zu Nutze machen. Das Problem ist, 2,5% bekomme ich dort bei der Bank. Das ist kein klassisches Festgeld. Ich kann zwar 2.000 Euro pro Monat abziehen, ohne Vorschusszinsen bezahlen. Das werde ich auch, denke ich, weiter laufen lassen. Denn im Tagesmarktsektor, deswegen habe ich jetzt hier auch gerade Veribox mal kurz aufgemacht, für mal so einen groben Überblick, da ist Trade Republic fantastisch mit 2%, beziehungsweise 2,02, ja. Ist ja monatliche Ausschüttung. Zinses Zins knallt da, ne? Nominell sind es 2%. Und, ähm, ja. Dann hätte ich hier erstmal einen Verlust gemacht. Von daher lasse ich das Ding laufen. Ich glaube, bis März, April noch es selten. Sie kehren mich jetzt mit aller Gewalt raus. Mal schauen. Ich mache jetzt in der Richtung einfach mal nichts. Das ist manchmal sehr, sehr bequem. Hat auch übrigens an anderer Stelle auch ganz gut geklappt. Und da muss ich mich jetzt tatsächlich drum kümmern. Denn auch, äh, die DBK hat uns jetzt hier aus einem alten Bausparvertrag rausgekegelt. Und konnte sie natürlich erst jetzt, nachdem die Mindestsparplan, ähm, ja, die Mindestbausparsumme tatsächlich angespart war. Gibt es Tarif so und so. Und da steht dann drin, ja, wenn so und so viele Prozent, glaube ich, 60% angespart sind, dann dürfen die auch zugeteilt werden. Das Ding ist schon uralt gewesen. 3% Verzinsung gab es da. Tolle Geschichte. Naja, Ende des Monats ist auch damit Schluss. Muss ich mich auch mal kümmern und muss mal schauen, was denn da noch bei rumkommt. Gut. So, kommen wir jetzt noch. Also das waren so meine kleinen Baustellen. Das ist für euch jetzt weniger interessant. Aber dass ihr euch schon mal seht, ich mache mir trotzdem Gedanken. Ähm, eins möchte ich euch noch zeigen, dass vielleicht gerade noch in Sachen, äh, Risiko, Diversifikation, ähm, interessant ist. Durch diesen Verkauf ist jetzt Bullright bei 3,24%. Äh, Depotanteil oder Portfolioanteil. Also, wenn es jetzt da mal knallen sollte und wirklich alles daneben geht. Und alles ist, denke ich mal, schon ausgeschlossen. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Ähm, auch wenn sie jetzt zu dem Zeitpunkt hinter den Erwartungen geblieben sind, läuft das Ding dann weiter. Kann nicht ganz so viel passieren. Das ist eben nicht mehr so, ähm, ja, Bullright war, glaube ich, schon bei 5% irgendwo in der, in der Bereich hier vorne. Da habe ich mich dann doch unwohl gefühlt. Das sind also die Dinge, ja, man rechnet sich das schön. Ja, jetzt, das klappt und das ist toll. Das ist stabiler wie die Scooter, weil, ja, ne, langfristige Abo-Verträge für den ganzen Monat. Da hast du dein Cash und ist gut. Naja, trotz allem war mir die Positionsgröße in dem Umfeld, dass ich ja doch jetzt abzeichne, dann zu groß. Deswegen, ne, auch mal sagen, okay, hast dich vielleicht verzettelt. Versuch da mal rauszukommen. Äh, auch ich mach Fehler. Ja, und da sollte man auch wirklich, äh, so offen sein und die Augen offen behalten. Und sagen, okay, vielleicht hat der, ähm, Vergangenheitsbänder was falsch eingeschätzt. Von daher haben wir jetzt hier die Handbremse gezogen. Das passt, ja. Hab ich sonst noch was? Genau, das war das. Ja, und ansonsten, Leute, macht euch keine, äh, Kopfschmerzen. Ähm, da ist jetzt so viel los, ja. Der Bitcoin ist wieder zurück. Ähm, kauft Bitcoin, kauft Gold, macht irgendwas. Die Welt geht sich wieder unter. Also, da bin ich nicht dabei. Ähm, immerhin, ich bin jetzt wahrscheinlich 36, also nicht mehr der ganz Jüngste. Wenn ihr jünger seid wie ich. Legt euch schlafen. Chillt, weil es schönes Wetter. Legt euch in den Garten, unter den Gartenstuhl, unter den Baum, und dann ist es... Unter den Gartenstuhl. Das ist halt katastrophal. Auf den Gartenstuhl, also, ne, dürft ihr hinlegen, nicht unten drunter wohl. Naja, falls regnen sollte, egal. Äh, unter den Baum, schattliches Plätzchen suchen. Chillt mal, Leute. Und dann ist alles gut, ja. Ähm, wenn ihr einen Anlagehorizont von 30 Jahren plus habt, den interessiert es. Mich jedenfalls nicht. Endeffekt interessiert es mich erst, wenn das Blut wieder mal, ne, durch die Phasen fließt. Also, wenn wirklich wieder die Stimmung richtig, richtig mies ist. Und dann gehe ich wieder da rein. Ähm, ja, da ich nicht mehr ganz so viel Cash habe und damit auch nicht ganz so viel Cash produziere. Ich habe das mal erwähnt. Ich mache hier ein bisschen langsamer. Habe jetzt drei, vier Jahre Vollgas gegeben. Im Moment, muss ich sagen, dehne ich mich da auch ein Stück weit zurück. Lasse jetzt einfach mal den Schneeball rollen. Bleibe aber bei meiner Mindestsparplanrate. Also, keine Hektik in der Richtung. Und dann kaufe ich halt schlimmstenfalls mal mit doppelter, vielleicht auch dreifacher Sparplanrate zu. Kleine Schritte, weil man weiß ja nicht, wann denn das Theater wirklich aufhört und wann wir den Tiefpunkt gesehen haben. Deswegen gehen wir dann treppchenweise rein. Habe jetzt leider nicht mehr so einen Cash-Polster, wie ich es mal zwischenzeitlich hatte. Wo 8.000, 9.000 Euro da lagen und die müssen rein. Da konntest du dann schön mal immer mit Tausende Einmalkäufen rein. Sehe ich jetzt nicht unbedingt. Es sei denn wirklich, irgendein Lieblingsunternehmen von mir geht jetzt wirklich richtig mal runter. Unverschuldet, vor allen Dingen eben Zug der Panik. Dann könnte man da nochmal ein bisschen stärker zugreifen. Aber ansonsten sehe ich das in der Richtung nicht. So, ich würde sagen, das ist es auch schon gewesen. Es sollte jetzt trotzdem ein Lebenszeichen sein. Ich habe es fast nicht geschafft, dieses Video hier abzudrehen. 15 Minuten gequasselt, alles okay. Also ich lebe noch. Auch wenn hier im Moment unregelmäßig Content reinkommt. Ich habe das hier alles im Auge, aber im Großen und Ganzen kann ich nicht viel sagen. Was ich zu sagen habe, das haben andere auch schon gesagt. Abenteuerlich, was jetzt am Wochenende passiert ist. Und das ist eines der wenigen Dinge, wo ich sagen muss, okay, Chapeau. Das hat Dirk Müller immer gesagt. Ja, der richtige Bullshit. Alles, was so richtig reinknallt, das passiert am Wochenende, wenn der Anleger, wenn die Börsen geschlossen sind und der Anleger nichts mehr machen kann. Haben wir jetzt gesehen, Credit Suisse am Montag minus 65 Prozent. Die ADRs zumindest. Die Aktien natürlich auch. Wenn der eben für ungefähr 2 Franken dann nur noch 0,2. 0,2,5 als Buchwert quasi bekommst, als Entschädigung und so. Da wurden die Aktionäre einfach mal übergangen. Krass. Eigentum, was ist das? Das ist eben auch, denke ich mal, jetzt wieder der Hype, der jetzt auch wieder so ein Stück weit dem Bitcoin zugutekommt. Da haben zumindest mal Zentralbanken, Politiker und Co. keinen Zugriff drauf. Von daher ist das eine nette Geschichte. Trotz allem für mich immer noch kein Gegenwert, ja. Es ist einfach eine Luftnummer. Ich kann es nicht bewerten. Von daher für mich jetzt persönlich nicht das ganz große Investment. Weil die Idee in dem Fall jetzt nicht wieder richtig cool ist, könnte man eventuell auch mit Gold machen. Also auch der Goldpreis hat da wieder reagiert. Aber ist ein anderes Thema. werden wir jetzt noch weitere Probleme sehen. Und ich will nicht zwangsläufig jetzt sagen, ja, ist alles wie 2008, 2009. Natürlich hat sich was geändert. Andere Akteure, anderer Zeitgeist. Es ist immer ein Stück weit anders. Aber vielleicht kann man die ein oder andere Parallele sehen. Und ich glaube, im März, April hatten wir damals das Problem, als da eine Bank gerettet wurde in den USA damals. Immobilienblase, Immobilienkrise, das kennen wir alles. Und da dachten wir, ja, ist alles okay, alles gerettet. Und ich glaube, der Mist ging dann erst im August, September los. Also mit einigen Monaten Verzögerung gab es dann richtig Probleme im System. Ihr habt das vielleicht alle noch auf dem Schirm. Und es hat sich dann auch auf die Privatwirtschaft niedergeschlagen. Von daher möchte ich das an der Stelle nicht ausschließen. Ich möchte jetzt aber auch nicht den Teufel an die Wand malen. Vielleicht war es das jetzt auch. Naja, mal schauen, ja. Okay. Ich würde sagen, belassen wir es dabei. Spannend bleibt es in jedem Fall. Im Moment wird hier wirklich täglich wieder irgendeine neue Horrornachricht durchgeprügelt. Als hätten wir die letzten Jahre nicht genug rausgehabt. Könnte einfach mal schön sein, ne. Blauer Himmel, Frühling, 20 Grad, ja. Kasse Kaffee auf dem Balkon. Wird mir auch schon reichen. Wäre ich in dem Moment für den Tag, könnte ich einen Haken runter machen. Wäre zufrieden. Also weg mit den ganzen Highlife, Highthilen. Vieles nivelliert sich dann wieder. Von daher locker bleiben. Oder cool bleiben und Dividenden kassieren. Das war ja immer so das Credo. Das war auch der Buchtitel von Christian Virill. Schönes Buch. Habe ich, glaube ich, unten nach wie vor verlinkt. Auch witzig geschrieben. Kann ich euch empfehlen. Ist ein Affiliate Link, ja. Also keine Panik, ne. Werner will Werbung machen. Nein, nein. Okay. Lassen wir es dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye.